Ist es Spider-Man? Nein, es ist Delsin, haha, über den Dächern von Seattle. Leute, willkommen zurück bei Infamous Second Son. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, wo wir weitermachen. Ich habe gestern das letzte Mal aufgenommen, aber mein Gedächtnis... Oh, ich merke gerade jetzt, dass es hier noch eine nächste Insel gibt. Okay, gut, schön, dass wir das zusammen entdeckt hätten. Aber ich würde sagen, wir machen hier mit der Storyline weiter. Oh, ich liebe das. Es ist einfach diese Freiheit. Deswegen erinnert es mich auch ein bisschen an Spider-Man. Weil man nicht von seiner Umgebung abhängig ist. Also, naja, ist man ja schon ein bisschen. Oh, seht ihr das? Oh, äh, hallo? Könntest du dich halten, mein Freund? Geht's unten weiter, oder was? Okay, bin in der Gasse, aber hier ist ein schwer bewaffneter Schläger. Sieht nach Drogengeschäft aus. Ich mache ungern einen auf Kopf, aber es ist die Pflicht jedes Bürgers einzugreifen, wenn er ein Verbrechen sieht. Also meinst du, ich soll jetzt Leute mit meinen Kräften umbringen? Ich hab nicht umbringen gesagt. Misch sie nur auf, mach ihnen Angst und vernichte ihre Ware. Okay, das kann ich machen. Könntest du hier verschwinden? Zack. Oh, das war eine Granate. Ah, ich hab vergessen, dass ich die Granaten hab. Das war ein Versehen. Hahaha. Gut zu wissen. Nein, nein. Nicht wirklich. Exakt. Und wo sind die Drogen? Ach, haben die Drogen vernichtet? Ja, ich habe die Drogen vernichtet. Habe ich. Gut. Darf ich jetzt bitte in die Gasse? Okay. Welches ist die Gasse? Weil hier gibt's noch Punkte. Oh. Das sind die Punkte. Okay, die Punkte haben nichts gesehen. Dann gehen wir jetzt in die Gasse. Ist das die Gasse? Ich seh gar nichts. Könnte jemand gelichten? Das ist richtig. Okay. Na, so einfach kann's gehen. Holy moly. Naja. Qualität kann man nicht bestreiten. Aber man sollte Kerzen nicht unbeobachtet brennen lassen. Das ist richtig, mein Freund. Das ist richtig. Okay. Sie kann toll Altare schmücken. Irgendwie ist das rührend. Naja. Das muss nicht unbedingt was Gutes sein. Ja, da bin ich ganz bei Reggie. Okay, wartet. Ich muss weiter nach oben. Okay, Vögelchen. Okay, sie ist gut. Hey, wenn du ihre Kräfte entziehst, absorbierst du vielleicht auch etwas Talent. Aha. Ich sag dir, das funktioniert. Du dummer Sack. Du dummer Sack. Okay, Brand. Bist du Brand? Brand, 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 Brand. Oh, und da. Brand. Die Kleine hat's echt mit Brand. Ja. Ein kleiner Touch, Brand. Äh. Oh. To Infinity and Beyond. Ich muss zugeben, ihr Wirbel ist genial. Ja. Auch hier mit dieser Dynamik. Ja, sieht toll aus. Oh, da gibt's noch mehr Foto. Fotos. Doch. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt unserer Tour. Rest in Peace, Brandy. Komm schon. Wir wollen Perfektion, Leute. Okay, das ist komplett irre. Wie sagst du das? Die Kleine holt sich Essen zum Mitnehmen und setzt sich dann hierher zu Neon Brand und erzählt ihm, wie ihr Tag so war, während sie ordentlich reinhaut. Sie hat's nicht gegessen. Oh, das hat aber jetzt einen Laden auf dem Alaskan Way. Angeblich mit einem der größten Neonschilder der Stadt. Wenn ich Neon-Kräfte und Hunger auf Fischsuppe hätte, würde ich da rumhängen. Bin unterwegs. Naja, aber sie hat's nicht gegessen. Das ist doch verdächtig. Wer ist Fischsuppe verflucht? Oh, dem Licht auf der Spur. Fortfahren. Ein Upgrade verfügbar. Was? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Äh, hier unten vielleicht? Ne, K.O. Treffer haben wir freigeschalten. Äh, hier, Karma-Heilung. 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 Das Besiegen eines sich ergebenden oder hustenden Feindes stellt einen Teil der Gesundheit wieder her. Dann lassen wir nicht doch mal. Lohnenswert. Gut. Ihr habt's gesehen. Ihr wart dabei. Live von den Farben. Gut. Ich muss mir nichts vorwerfen. Sehr schön. Zack. Seht euch das an. Holy moly. Über den Dächern muss die Freiheit... Verdammt. Okay. Gut. Wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Aber dafür wollen wir hier erst klären. Hier gibt's ein riesiges DUP-Lager. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir haben mehr als fünf Minuten im Part. Wir sind in der Stimmung. Es wird aufgemischt, meine Freunde. Ich hab's nicht markiert. Oh. Seht ihr das? Seht ihr das? Diese Drohne? Eine Drohne? Gut. Okay. Komm schon. Äh, ich komm nicht so weit. Warte, flucht nochmal. Okay. Das funktioniert. Das ist doch super. Gut. Wir erklären. Verdammt. Das war... Ich dachte, das würde funktionieren. Äh, warte. Könntest du dich halten, Belson? Dankeschön. Okay. Das war nicht so elegant, wie ich es mir vorgestellt hätte. Hä. Hier oben waren wir. Habt ihr den Fallenmast runtergenommen, oder was? Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Okay. Wie sieht's mit... Wie sieht's mit unserer Energie aus? Moment. Mein Laptop meldet mir hier was. Gut. Ich bin wieder ready. Okay. Sind wir ready? Wir sind ready. Einfach rein. Einfach rein. Keine Ahnung. Wir werden schon sehen, was uns hier erwartet. Zack. Gefahr im Speerbezirk. Gefahr. Gefahr. Ma, 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 ma. Komm her. Zack. Du lebst noch? Okay. Okay. Die Grünen sind Gefahr. Das wissen wir. Aber sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, mit wem sie sich handeln. Hä? Könntet ihr aufhören? Okay. Dort drüben. Dort drüben gibt es Feinde. Wuppa. Kommt her. Wo seid ihr? Wo seid ihr alle, meine Schätzchen? Okay. Ihr seid überall ein bisschen verteilt. Dort drüben. Der Typ. Der ist nervig. Zack. Yes. Karma, Baby. Komm her. Komm her, sag dich. Okay. Das macht dir gar nichts richtig. Weißt du was? Zivilist ausgeschalten. Wer hat das... Wer hat das... genehmigt hier? Warum sind hier Zivilisten? Alter, hier wird geballert und es gibt einfach Zivilisten. Was soll der Quatsch? Okay. Gut. Munitionskiste zerstört. Das ist doch super. Und keinen Zivilisten erwischt. Hier für dich. Okay. Habe ich wieder einen Zivilisten? Nein, habe ich nicht. Okay. Gib mir ein bisschen Rauch, mein Freund. Das war nicht sehr viel Rauch, wenn ich das so sagen darf. Na komm. Na ja, hier gibt es noch mehr Rauch. Exakt. Das ist der Rauch, den wir brauchen. Zack. Okay, wir wechseln den Standort. Boom. Wir sind die Gefahr. Wir sind die Gefahr. Zack. Okay. Na ja. Wenn hier niemand aufpasst, dann kümmere ich mich darum. Hier kommt gleich einer hoch, richtig? Oh, das ist, das ist irgendwie, sieht das nicht sehr freundlich aus hier. Na schön. Okay, wir orientieren uns. Du dort hinten. Ihr dort hinten. Zeit für den Kometni. Tata, 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 Tata. Komm her. Zack. Heilen. Okay. Energie, meine Freunde. Energie. Ah. Unter Schuss. Oh. Ist das Wasser hier? Komm her. Okay. Ja, ihr seid. Ihr seid. Was, was wollt ihr? Was wollt ihr von mir? Oh. Ich muss hier ein bisschen vorsichtig sein mit der Energie. Gut. Gut. Das hättest du. Das hat auch mich wahr. Oh. Verdammt. Ich hab's nicht kommen sehen. Okay. Oh, verdammt. Oh, verflucht nochmal. Hier. Und weg. Zack. Das war ein super Schrei, mein Freund. Das war ein super Schrei. Ich darf doch bitten. Sehe ich Kontakt verloren. Exakt. Legen Sie sich bitte hin. und stören Sie mich nicht meine Kreise hier. Wo ist er hin? Er ist verschwunden. Komm her. Ich hab dich doch gesehen. Ah, dort hinten. Wo schießt du hin, mein Lieber? Wo schießt ihr hin? Ha, ha, ha. Oh. Komm her. Ich sagte, komm. Wo bist du? Alter, wo ist er hin? Der wollte sich ergeben, der Sack. Was soll das? Okay. Gut. Was soll das? Ja, das will ich doch meinen. Das will ich doch meinen. Okay. Gut. Könntet ihr euch jetzt beruhigen? Gut. Okay. Okay. War's das? Keine grösseren Gegner hier. Wartet. Hier gibt's doch noch mehr. Muss ich die zerstören? Wahrscheinlich nicht. Richtig. Oh. Wartet. Ihr wartet. Gar mehr. Ich brauch die Punkte. Oh nein. Ich hab dich erwischt. Ich hab's nicht gesehen. Ihr habt's nicht gesehen. Und dennoch wissen wir's. Oh. Jetzt haben wir noch einen Alarm ausgelöst. Ja, das ist super. Ja, ein bisschen mehr Gegner. Wär doch was. Wär doch was. Ich meine, das ist ja... So, ansonsten. Kein Problem hier. Könntest du dich... Delson? Dankeschön. Ich muss auf die... Komm her. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und weg. Ladies and Gentlemen, Explosion. Sehr schön. Wo sind die Scherben? Ich bin, ich will Scherben. Seattle Center neben Missionen jetzt verfügbar. Auf Karte angezeigte Explosionsscherben. Seattle Center Respawn. Punkt freigeschaltet. Das gefällt uns doch sehr. Okay, eine Scherbe. Ich seh doch da eine zweite Scherbe. Ich bin so giefig. Oh, da. Da gibt's doch noch wen. Komm her. Gut. Das ist Scherbe Nummer drei. Ich hab die Granaten total vergessen. Wirklich total. Okay, und hier irgendwo müsste noch... Ah ja, hier oben. Ich hab die Granaten wirklich komplett vergessen. Und die sind... Gerade gegen Drogendealer und sowas sind die echt gut. Also ich meine... Also ich meine... Gut. So viel zu den Scherben. Rauch haben wir. Das brauchen wir gerade nicht. Wir zerstören noch die Kameras. Wo sind sie, die guten Kameras? Hier. Direkt unter mir, richtig? Äh... Hier? Ne, wartet. Hier. Bin ich dumm? Also ich... Das war eine rhetorische Frage, Jungs. Okay, kommt schon. Hier. Das war schlecht. Sorry. Okay, gut. Gleich hier vorne sollte es auch noch welche geben. Äh... Das sind alles Scheinwerfer. Da sind wir uns einig. Ja. Hier. Weiter so. Danke, meine Fans. Danke, danke. Äh... Sir? Ich mach... Nein! Du sollst bei der Polizei bleiben. Das sind wir Freunde, okay? So einfach kann es sein, mein Freund. Und so einfach kann es sein. Kommen wir hier durch? Yes. Gut. Noch eine Kamera. Dann, äh... Sind wir so weit hier. Moment. Wollte schon sagen. Hier wird nichts stehen gelassen. Es darf keine Zeugen geben, okay? Keine Zeugen. Äh... Kamera, könntest du mich erfassen? Ah ja, hier. Spanne. Ha! Ihr Säcke. Dürfte ich hier... Ich komm hier nicht durch. Na gut. Dann klettern wir eben über den Zaun. Es sind uns einfach keine Grenzen gesetzt. Und das mag ich. Hier auf der anderen Seite. Irgendwie hat jemand geschossen. Meine ich das nur? Ja, hier. Äh... Gentleman. Dürfte ich Sie wohl bitten, hier ein bisschen Anstand zu zeigen? Na gut. Okay. Kein Anstand. Gelernt von Mama. Na gut. Dann eben so. Ja, sieh... Ja, siehst du. Ja, siehst du, mein Freund. Siehst du. Wo willst du hin? Au. Ich darf doch bitten. Hier werden Headshots verteilt. Komm her. Ey, ich hab keinen Zivilisten erwischt. Richtig? Nein. Das war doch gut. Das war doch gut. Okay. Wir sehen uns die Quests an, meine Lieben. Wir sehen sie uns an. 52 Prozent. Das war wirklich hier... Das war schon... Puh. Das war schon fast der ganze Part hier. Wollen wir das noch kurz machen? Ne. Graffiti und das. Wir machen das Zeug, was interessant ist. Den Rest... Ich meine, den Typen hier suchen, in der Menge, das ist einfach immer das Gleiche. Das ist doch wirklich langweilig. Wenn wir stattdessen Delsins Kunst bewundern könnten, was ja auch mal einiges interessanter ist. Oder die Tapes von unserem Kompagnon abhören können, der sich hier volles, vollen Mutes für uns in Gefahr bringt. Ich meine, kommt schon. Das will doch auch wertgeschätzt sein. Richtig? Yes. Baby. Ich liebe die Kräfte einfach. Ich liebe diese Kräfte. Nium. Es ist einfach spektakulär. Gleich weiter. Gleich weiter. Okay. Zack. Die pure Eleganz hier. Okay. Und wo ist... Er wartet. Wo ist... Wo ist die Quest? Ist es hier im Parkhaus? Kann ich hier runter? Gibt es nur Fahrstühle? Keine Notausgänge? Keine Nottreppen oder sowas? Ach, ihr seid doch... Seid doch Hunde! Ihr schickt mich nur runter, dass ihr mich wieder hochschicken könnt. Seht ihr die? Seht ihr die dummen Hunde hier? Aber sie müssen warten. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir haben Wichtigeres zu tun. Okay. Yes! Durchgemogelt hier. Hahaha. Mission beginnen. Ja, es ist garantiert oben. Es ist garantiert oben. Ich sag's euch. Gibt's hier drin keinen Lüftungsschacht? Wahrscheinlich nicht. Ich will nicht die Treppe nehmen. Wer sind wir denn hier? Das gemeine Fußvolk? Nein, nein, nein. Ich will, ich will einen Lüftungsschacht. Hallo? Weil das ein Parkhaus ist, gibt's keine Lüftungsschächte oder was? Verflucht nochmal. Verflucht seid ihr Architekten dieser Welt. Hahaha. Okay, gut. Na schön. Na schön. Aber wir könnten doch sicherlich hochklettern, oder nicht? Ich geb's noch nicht auf, Leute. Okay, ich geb's noch nicht auf. Wir kommen näher. Wir kommen näher. Hier gibt's überall Neon. Aber Neon... ...ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche wie unsere ursprüngliche... ...und unsere innere Kraft hier. Verfolgen sie das Signal. Ja, ich bin dabei. Na gut, dann eben diesen Weg. Naja, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ah, naja. Okay. Über den Dächern. Wir hätten auch die Treppe nehmen können, richtig? Das wäre wahrscheinlich schneller. Das wäre wahrscheinlich schneller. Naja. Gut, ihr habt's oben gesehen. Es gab keinen... ...Weg für Treppen. Was macht ihr hier alle? Steht ihr einfach ein bisschen im Parkhaus rum, oder was? Also, ich meine, ich verstehe. Don't get me wrong. Ich will niemanden schämen hier. Wartet, ich entferne mich ja. Ich komme nicht wirklich näher, meine ich das nur. Wart ihr vorher auch schon auf dem Dach? Ich glaube nicht. Ich glaube kaum. Ich glaube kaum. Ja, seht ihr. Seht ihr. Ich wusste es doch. Na verdammt. Verfolgen sie das Signal. Ja, hier ist es. Wir haben heute jemanden aus ihrem Dorf festgenommen. Er war ziemlich am Ende, aber noch bei Sinn. Ihr komisch seid zäh. Augustin erklärte ihm, sein Conduit-Gentest sei positiv. Und er hätte nur eine Chance, sich hier anzuschließen. Er hat sie angeschaut und angefangen zu lachen. Sie waren außer sich. Ich habe ihre... Du bist auch ein Conduit-Taktik schon häufig erlebt. Funktioniert öfter als man denkt. Nicht bei ihrem Kumpel. Nicht bei ihrem Kumpel. Er hat einfach weitergelacht. Bis Augustin befohlen hat, ihn nach Curtin-Kate zu bringen und ihn dort verrotten zu lassen. Als sie ihn aus dem Gorn gezackt haben, meinte er, wenn Delsen dich findet. Grüß ihn von der Necomisch. Ja, genau so ist es, mein Lieber. Genau so ist es. Wir sind hier. Wir sind nicht einfach Gegner für Augustin. Ich habe kein Interesse daran, hier einfach ein bisschen mit dir zu interagieren. Nein, ich habe andere Pläne. Es ist viel mehr als das. Wir sind wie Batman. Wir sind ein Symbol. Ein Symbol für den Aufstand. Sie soll voller Angst sein. Sie und ihre Leute. Ha! Die hier verzweifelt kämpfen. Zivilist verletzt. Ach komm. Siehst du? Das haben wir gleich alles wieder draußen hier. Ich habe die Granaten vergessen. Hier für dich. Wer warst du? Warum konnte ich dir was tun? Ah, okay. Dich kann ich wieder aufstehen lassen. Na gut. Ich habe jetzt so viele geheilt. Und ich erhalte dafür nur zwei Punkte. Wollt ihr mich verarschen? Na gut. Okay. Wie auch immer. Wo war ich? Ach ja, genau. Wir sind ein Symbol. Ich habe vergessen, meine Stimme zu verstehen. Wie es ein richtiger Dark Knight tun würde. Wir sind der Aufstand. Wir sind die Gegner. Wir sind die schlimmste Albtraum. Es geht nicht um unsere Kräfte. Es geht darum, wofür wir stehen. Ich mag das. Ich werde das weitere Let's Play in dieser Sprache machen. Okay, sorry. Ich lasse es. Baumkuchen. Klar. Einmal schütteln. Und losgepinselt. Losgesprayt. Ach komm. Baumkuchen. Kuchenbaum. Gut. Nächste Schablone. Nächstes Glück. Ihr kennt es. Ihr kennt es. Die Sprüche werden nicht besser. Sie werden nicht neuer. Aber die Kunst. Die Kunst. Sie spricht für sich selbst. Schablone Nummer zwei. Gibst du mir ne drei? Gibst du mir ne drei? Wir werden es gleich sehen. Komm schon, Delsin. Okay. Keine drei. Ach. Das hätte ich nicht besser sagen können. Das hätte ich nicht besser... Was? Woher kommst du? Das finde ich auch... Das finde ich okay. Woher kamt ihr? Na gut. Okay. Leute. Ich kläre hier ein bisschen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin. Und tschö. Bis dahin. Vielen Dank.